Cottbus Stannß Habt ihr euch einmal gefragt, wer der sein könnte, der Carly so zugerichtet hat? Und den Siggi? und wer die Schnur im Garten des Doktors gespannt hat und die Scheune angezündet. Haben Sie keine Angst, dass Ihre Schüler Sie auslachen, wenn Sie da so mit mir tanzen? Raffin, pass auf! Warum soll Gott wollen, dass du stirbst? Müssen alle sterben? Ja. Wirklich alle? Ja. Darf ich hierbleiben, diese Nacht? Schicken Sie mich nicht weg. Ich hab so Angst auf der Landstraße. Ich weiß jetzt, wer all diese Verbrechen begangen hat. Wer? Kein feste Mut ist unser Gott, bei Gute, wir uns behalten. Ihr hilft uns frei aus anderem Mut, die uns der Zart getroffen. Ihr altfüße Feind mühe ich mich, euch Gottes Wort nahezubringen und euch in seinem Geiste zu verantwortungsvollen Menschen zu formen. Und verzeihen Sie, Herr Vater. Bitte verzeihen Sie. Weiß ist, wie ihr alle wisst, die Farbe der Unschuld. Und es soll uns auch geliehen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020